Seid mir gegrüßt, Freunde. Wer in den vergangenen Wochen das Internet, vor allem Twitter, beobachtet hat, konnte erleben, wie ein heißer Streit darum entbrannt ist, ob man die Fortentwicklung von großen AI-Projekten wie Google DeepMind oder ChatGPT erlauben solle. Oder ob es im Gegensatz dazu nicht besser wäre, vorsichtshalber schon mal die chinesischen Serverzentralen einem präventiven Nuklearschlag zu unterziehen, nur um ganz sicher zu gehen, dass Dr. Man Chatten nicht die Oberhand gewinnt. Uff. Sogar unser Elon hat einen offenen Brief zu all dem unterzeichnet und nun sorgt man sich dort in allgemein um das Ende der Welt oder verurteilt andersherum die Unterzeichnerseite in scharfen Worten, weil sie einem neuen AI-Gott bei der Geburt im Wege stünden, der unsere Welt ins gelobte Zeitalter führen könnte. Doppeluff. So lasst mich euch dann erklären, warum der überwältigende Hauptteil dieser ganzen hysterischen Diskussion letztlich auf falschen Annahmen und einem schlicht inkorrekten Verständnis der Realität beruht. Als Vorlage werden wir passend zum Thema dabei auf die spannende Filmreihe Terminator Bezug nehmen, die uns an gegebener Stelle als Stichwortgeber dienen soll. Aber vorher ein Wort von unserem Sponsor. Blitzwissen. Stell dir vor, du könntest jeden Tag ein Buch lesen. Wie weit könntest du dich in einem Jahr entwickeln? Stattdessen wächst unser Bücherstapel und wir verschwenden täglich unsere Zeit auf sozialen Medien wie TikTok oder Instagram. So verpassen wir das, was uns Bücher zu geben haben. Wirklichen Wissenszuwachs und nachhaltige Stärkung unserer Persönlichkeit. Blitzwissen ändert das ab jetzt. Von nun an sind die Inhalte der wichtigsten Bücher für dich leicht zugänglich. Wir konzentrieren sie auf die wichtigsten Kernideen, die das Wesentliche in einem Buch ausmachen. Mit Blitzwissen kannst du die zentralen Ideen in unter 25 Minuten lesen oder anhören. Du hast deine Bibliothek in der Hosentasche und erhält wöchentlich Zugang auf neue Werke. Es gibt Mainstream-Anbieter, die dir etwas ähnliches versprechen. Dort findest du allerdings nur Bücher aus dem Mainstream, weichgewaschene Selbsthilfe und linke Ideologie. Bei uns gibt es die kontroversen Bücher, die wirklich etwas zu sagen haben. Darum wirst du sie bei den Mainstream-Anbietern nicht finden. Nun, ich habe mir für euch als Vorschlag aus dem Repertoire von Blitzwissen ein Buch herausgesucht, welches ich für durchaus passend zum heutigen Thema halte. Alain Benoist, nach dem Wachstum. Darin begründet er sozial und weltanschaulich, wieso eine Abkehr von der bisherigen ökonomisierenden Logik notwendig und wünschenswert sei. Während ich in diesem Video versuchen werde nachzuweisen, dass uns möglicherweise gar keine andere Option bleibt. Dass wir vielleicht selbst nicht Schritt halten können mit der Trajektorie unserer Vergangenheit. Also bestimmt eine gute Ergänzung zum heutigen Thema. Blitzwissen mit Alain Benoit, Manfred Kleiner Hartlage, Edward Dutton und vielen mehr. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Nun gut, also fangen wir unseren thematischen Teil doch mit etwas Heiterem an. Worum geht es in Terminator? Um eben jenes Szenario, vor welchem sich die Shut It Down Leute fürchten. Erklär es uns Arnie. I need to know how Skynet gets built. Who's responsible? The main most directly responsible is Miles Bennett Dyson. Who is that? He's the director of special projects at Cyberden Systems Corporation. Why him? In a few months, he creates a revolutionary type of microprocessor. Go on. Then what? In three years, Cyberden will become the largest supplier of military computer systems. All stealth bombers are upgraded with Cyberden computers becoming fully unmanned. Afterwards, they fly with a perfect operational record. The Skynet funding bill is passed. The system goes online on August 4th, 1997. Human decisions are removed from strategic defense. Skynet begins to learn at a geometric rate. It becomes self-aware at 2.14 a.m. Eastern Time, August 29th. In a panic, they try to pull the plug. Skynet fights back? Yes. It launches its missiles against the targets in Russia. Why attack Russia? Aren't they a friend now? Because Skynet knows that the Russian counterattack will eliminate its enemies over here. Jesus. Oder, um es auf Deutsch zusammenzufassen, die Leute haben Angst vor dem hier. Davor, dass eine einmal entwickelte künstliche Intelligenz zu einem nicht absehbaren exponentiellen technologischen Fortschritt führen wird, in dessen Verlauf die Menschheit vernichtet werden könnte, wenn es nicht gelingt, die hypothetische AI mit Zielen auszustatten, welche sie den Menschen gegenüber gewogen macht. Mein kontroverser Take zu dieser Thematik ist dieser. Das wird so nicht passieren. Wahrscheinlicher ist sogar, dass die menschliche Innovationsrate auf absehbare Zeit gegen Null konvergieren wird, egal ob wir eine künstliche Intelligenz auf menschlichem Niveau oder darüber hinaus erschaffen oder nicht. Es bleiben gewisse Risiken bei der Entwicklung einer solchen Maschine, auch durchaus existenzielle Risiken, aber diese hängen viel stärker mit der Natur der menschlichen Gesellschaft zusammen, als mit der Natur einer solchen Maschine. Nun, warum? Also, es ist ja allgemein bekannt, dass die Rate der technologischen Entwicklung oder das, was wir im allgemeinen wissenschaftlichen Fortschritt nennen, exponentiell mit der Zeit wächst, richtig? Und weil der wissenschaftliche Fortschritt exponentiell wächst, hat der weitsichtige Alfred Nobel auch veranlasst, dass sich die Zahl der mit seinem Preis beirrten alle zehn Jahre verdoppeln soll. Also ein Preis pro Jahr in den 1900er Jahren, zwei Preise pro Jahr in den 1910er Jahren und immer so weiter, um der wachsenden Rate an Durchbruchbegründern gerecht werden zu können. Ach, das hat er nicht getan? Es wird immer noch nur ein Preis pro Jahr verliehen? Ja gut, aber bei exponentiellem Wachstum der wissenschaftlichen Erkenntnis hieße das ja, dass eine riesige Anzahl von Leuten, die ihn auf jeden Fall verdient hätten, leer ausgegangen sind. Und doch könnte wohl niemand auch nur fünf Leute nennen, ob welche diese Einschätzung in jedem Fall zutrifft. Wie seltsam. Aber es ist doch eindeutig und unzweifelhaft richtig, dass zum Beispiel auf dem Gebiet der Physik zwischen, sagen wir, 1990 und 2000 128 mal so viele Durchbrüche gefeiert werden konnten, als zwischen 1920 und 1930. Ich meine, man vergleiche nur mal die bedeutenden Gestalten dieser Zeit. Also wen haben wir da schon in den 20ern? Nils Bohr, Albert Einstein, Werner Heisenberg, Paul Dirac. Ja, nicht übel. Und in den 90ern, ähm, Bertram Brockhaus, Clifford Schall, Horst Strömer? Hm. Okay, also wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich fast sagen, hat es zwischen 1990 und 2000 eher weniger bedeutende physikalische Durchbrüche gegeben als in den 20ern. Und wäre es unfair zu behaupten, dass die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ungefähr genauso viele technische Neuerungen gebracht hat, wie die erste Hälfte? Nein, Freunde. Das, was wir als totale Summe der wissenschaftlichen Durchbrüche bezeichnen würden, ist zumindest seit der Industriellen Revolution ungefähr linear mit der Zeit angestiegen. Nicht exponentiell. Aber wie kann das sein? Wir haben doch ein exponentielles Bevölkerungswachstum erlebt. Ein exponentielles Wachstum der im Wissenschaftsbetrieb angestellten Forscher. Ein exponentielles Wachstum der Publikation. Ein exponentielles Wachstum der Rechenleistung. Warum ist die Rate der Endfortschritte dann nur linear? Nun ganz einfach deshalb, weil die Schwierigkeit und Komplexität der Probleme ebenso exponentiell angestiegen ist. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hat man einen Nobelpreis dafür bekommen, das Element Fluor isoliert zu haben. In den 50ern für die Aufdeckung der Struktur des Insulin. Und in den 90ern war das vielleicht wichtigste Projekt die Sequenzierung des gesamten menschlichen Genoms. Wissenschaftliche Durchbrüche ähnlichen Ranges zu erreichen, ist stetig komplexer geworden. Oder viel spezifischer, wie zum Beispiel bei der Entdeckung von Quasikristallen. Fluor hat mehr Anwendung als Quasikristalle. Und ein Paper von Einstein hat wohl fundamentaleres enthalten, als selbst die zehn wichtigsten Paper des vergangenen Jahres zusammen. Es gibt heute keine einzelnen Nobelpreisträger mehr, sondern praktisch nur noch drei geteilte. Nicht deshalb, weil mehr bedeutende Entwicklungen entstehen, sondern weil mehr Menschen an der Entdeckung einer einzigen Neuerung arbeiten müssen. Aber die großen Singularitätsprediger predigen doch ständig davon, dass hier überall exponentiell die Post abgeht. Man sehe sich nur diesen hübschen Plot hier an. Erst kommt der Beginn des Lebens und dann die eukaryontischen Zellen und am Ende schreiten wir voran vom Computer zum Personal Computer. Ja, der Schritt vom ersten zum zweiten Punkt in dieser Kaskade hat definitiv eine ähnliche Fundamentalität und Folgebedeutung wie der vom vorletzten zum letzten. Wer das bestreitet, darf nicht in die Kryokammer. Dieser Plot verläuft nur deshalb zeitlich so schön exponentiell, weil die darin aufgeführten Objekte immer kleinteiliger, immer spezifischer, letztlich mit der gleichen exponentiellen Rate immer weniger fundamental werden. Außerdem ist das ein Doppellokplot und damit für das, was er aussagen soll, der so ziemlich ungerechtfertigste überhaupt. Hätten die Menschen in der Antike oder irgendwelche Chromagnon-Halbaffen diesen Graphen gezeichnet mit ihrer eigenen Zeit als Referenzpunkt, wäre da genauso herausgekommen, dass die Singularität kurz bevorsteht. Und würde man diesen Plot weiterführen, so käme eigentlich heraus, dass die Singularität genau jetzt stattfinden müsste. Wieso bleibt man denn 10 Jahre vor dem heutigen Tag stehen? Wieso geht man nicht weiter? Wo war der Durchbruch ein Jahr vor dem Jetzt? Wo war der Durchbruch 0,1 Jahre vor dem Jetzt? Und so weiter. Doppellokplots dieser Art datieren die Singularität für jeden Zeitpunkt der Geschichte per Definition auf die Gegenwart und alles, was zu tun bleibt, ist postfaktum immer spezifischere Durchbrüche einfügen. Und ich kann diese Beweisführung hier beliebig fortführen. Auf Twitter habe ich die Leute gebeten, mir zu sagen, was sie für die bedeutendsten wissenschaftlichen Entdeckungen halten. Ganz offen, ohne weitere Einschränkungen. Ich habe dann alles an der Liste notiert und die entsprechenden Jahreszahlen recherchiert. Zumindest alle, die ich nach 1700 datieren konnte und nicht auf Deine Mutter hinausliefen. Hier das Ergebnis. Seit dem Abschluss der ersten industriellen Revolution, die Google auf 1840 datiert, fallen die von meinen Followern ausgewählten größten Errungenschaften der Menschheit auf einer exakt gerade Linie. Die Korrelation ist praktisch genau eins. Die Rate der großen Innovation verläuft über die Zeit kumuliert konstant und nicht exponentiell. Nun gut, aber für die Computerwissenschaften gilt diese Regel doch sicher nicht. Hier sehen wir doch ein exponentielles Wachstum. Das Muschelgesetz sagt uns doch, dass sich die Schaltkreisdichte auf Prozessoren alle zwei Jahre verdoppelt. Nun, das ist in Teilen korrekt. Wie wir auf diesem Plot sehen, hat sich die Taktfrequenz schon lange nicht mehr verdoppelt, aber man ist paralleler geworden. Man hat mehr Kerne eingeführt, um sich herauszubieseln. Wozu der Durchschnittsbürger 32 Kerne auf seinem PC braucht, bleibt besser eine ungestellte Frage. Wichtiger aber ist, dass dies alleine noch keinen wissenschaftlichen Durchbruch darstellt. Das hier ist Ressourcenaufwand. Das hier sind Dinge, die hineingesteckt werden, um etwas herauszubekommen. Der Mensch freut sich nicht über dichtergepackte Transistoren, sondern über die Schaltkreisdichte. Über ein neues iPhone, das ihm den Sack kratzen kann. Aber auch hier, wo ist denn die exponentielle Entwicklung? Smartphones sind Mitte der 2000er rausgekommen und haben seitdem keinen Paradigmenwechsel erlebt. Die Kamera kann jetzt den Mond aufnehmen. Aber sonst? Ich kann euch garantieren, es wurde mit exponentiellem Aufwand versucht, euer Auto zu verbessern. Und hat es sich verbessert? Ja. Aber eher peu à peu, oder? Wir leben doch nicht in einer Welt, in welcher erfahrbare Autoverbesserung sich ständig verdoppelt. Und auch auf der Softwareseite der berüchtigten AI-Technologie beobachten wir eben eher ein lineares Wachstumsverhalten. Jedenfalls kein exponentielles. Wenn ich irgendeine Schlaumeier-Seite nach den 10 größten Meilensteinen der KI-Forschung frage, dann bekomme ich ein Ergebnis aus grauer Vorzeit, zwei Ergebnisse aus den 50ern, eins aus den 60ern, zwei aus den 80ern, eins aus den 90ern, zwei aus den 2010ern und eins aus den 2020ern. Das ist praktisch gleich verteilt, was kumuliert einem linearen Wachstum entspricht. Die Frage ist also nicht, was passiert, wenn die Menschheit auf ein selbstverbesserndes System mit exponentiell wachsender Rechenleistung trifft. Die Menschheit ist ein sich selbstverbesserndes System mit exponentiell wachsender Rechenleistung, wie wir unter anderem in diesem Plot hier sehen. Die Frage ist, was passieren wird, wenn unsere irdischen Ressourcen dieser Tour de Force bald nicht mehr standhalten können. Aber dazu kommen wir noch. Die AI-Argumentation driftete nun für gewöhnlich dahingehend ab, dass eine maschinelle Superintelligenz eben ein Fedora trägt und superintelligent ist, dass sie sich selbst immer weiter und weiter verbessern kann, in immer kürzeren Zeitabständen. Nun, ein Google-Deep-Mind-Ingenieur hat das mal durchgerechnet, allerdings eben unter der absolut notwendigen und gerechtfertigten Annahme, dass Selbstverbesserungsschritt N plus 1 nur mit größerem Aufwand erreicht werden kann, als Schritt N. Ich verlinke den Artikel in der Videobeschreibung. Das Ergebnis aber ist eindeutig. Die Innovationsrate einer künstlichen Intelligenz konvergiert gegen Null. Es sei denn, sie wird mit exponentiell wachsenden Ressourcen versorgt. In diesem Fall ist ihre Innovationsrate linear. So wie es jetzt auch schon ist. Und das kann man auch leicht verstehen. Stellen wir uns einen Schachspieler vor, der gegen einen Computer antritt. In jeder Runde bekommt der Computer die doppelte Rechenleistung, die doppelte Anzahl von Flops. Wird also exponentiell intelligenter in Bezug auf das Schachspiel. Intelligenz ist immer problembezogen, also ist es völlig unwichtig, ob dieser Computer reden oder lesen kann oder ein Bewusstsein hat. In Bezug auf den Schachsport wird er exponentiell intelligenter. Er hat exponentiell mehr Kapazität, das Spielproblem zu lösen. Bald schon kann er einen ganzen Zug tief sehen. Dann zwei. Dann drei. Dann irgendwann 20 und er schlägt jeden menschlichen Gegner. Wollte man seine Vorhersagekraft in gleicher Zeit jetzt allerdings von 20 auf 25 Züge heben, also letztlich eine lineare Verbesserung vornehmen, wäre schon der Sprung vom Laptop zum Gaming-Tower nötig. Von 25 auf 30 Züge, jener vom Gaming-PC zum Rechencluster und so weiter. Deshalb unser erstes Theorem. Exponentiell gesteigerte Problemlösekapazität führt zu kumuliert linearer Innovationsausbeute in der realen Natur. Ich sage euch demnach also ganz konkret, was passieren würde, wenn morgen Skynet vom Himmel fiele. Das System würde sich alle gespeicherten Daten der Welt einverleiben und anstatt mit einer menschlichen Blicktiefe von 10 mit einer Blicktiefe von 20 drüber schauen. In dieser kurzen Phase wäre die Rate der Durchbrüche womöglich tatsächlich exponentiell, weil eben noch ungeerntete Früchte im Reservoir der 10 unteren Ebenen zu finden wären, die noch kein Mensch sich rauspicken konnte. Aber sobald alle Daten durchstöbert wären, müsste die AI genau wie wir Menschen Experimente durchführen und irreduzible Kalkulationen anstellen, also Rechnungen, die sich nicht einfach durch Mustererkennung zusammenfassen lassen. Diese Experimente und Kalkulationen würden genau wie bei uns einen exponentiell wachsenden Ressourcenbedarf begründen und alles wäre beim Alten. Und selbst dieses Szenario wird nicht eintreten, weil wir eben gemäß der Regel der linear kumulierten Durchbrüche nicht morgen Skynet entwickeln werden. Wir werden morgen Flynet entwickeln und in x Jahren Gynet und dann in 2x Jahren vielleicht mal Skynet. Dann haben Flynet und Gynet aber bereits Ebene 10 bis 17 in unserem Datenmaterial durchforstet und Skynet kann exponentielles Wachstum nur noch auf den drei untersten Komplexitätsleveln entwickeln, was die Exponentialphase weiter verkürzt. Wir hätten es hier natürlich immer noch mit einem Organismus zu tun, mit einer Form von Intelligenz, die der unseren in vielerlei Hinsicht überlegen wäre, so wie ein Schachcomputer uns bereits jetzt in einer bestimmten Kategorie überlegen ist. Die Wirkmacht dieser Entität würde zwar nicht exponentiell steigen, aber natürlich sollten wir ihr dennoch nicht einfach die nuklearen Startcodes geben oder sie sorglos irgendeinem Firmenkonglomerat überlassen, damit diese dann unkontrolliert automatisiert, was immer sie will. Das würde im Mindesten zu sozialen Instabilitäten führen. Aber das ist ja eher ein altbekanntes Gebiet. Darauf steuern wir bereits jetzt zu. Ich glaube wirklich, dass die Leute, welche sich Sorgen um AI machen, sich viel zu sehr vom Nimbus der Intelligenz blenden lassen. Das ist eben ein sehr menschlicher Stolz. Aber sie stellen sich dabei nicht genug konkrete Fragen. Ist Intelligenz denn überhaupt der limitierende Faktor bei der technologischen Entwicklung? Nur das kommt natürlich sehr, sehr stark darauf an, wie universell man Intelligenz versteht. Wenn man einfach alles, was irgendwie mit Berechnung zu tun hat, darin zusammenfasst, natürlich. Aber wenn es nicht auf die Art der Intelligenz ankäme, könnten wir auch einfach einen riesigen Taschenrechner bauen und das dann Superintelligenz nennen. Was wir aber nicht tun. Im Kontext von AI meinen wir eher so etwas wie Datenanalysefähigkeit, Konzeptkreativität und Planungsmacht damit. Nun, ich arbeite im Wissenschaftsbetrieb. In meiner Arbeit kommt es allerdings zeitlich betrachtet nur sehr selten vor, dass tatsächlich mein Mangel an intellektueller Kompetenz und Planungsfähigkeit dem Betrieb auffällt. Der Bottleneck liegt ganz woanders, denn die meiste Zeit warte ich einfach darauf, dass der Großrechner zu Ende gerechnet hat. Mit Algorithmen, von denen wir wissen, letztlich mathematisch bewiesen wissen, dass sie bereits an der Komplexitätsgrenze arbeiten, also nicht wesentlich verbessert werden können. Und dann enthalten die resultierenden Daten oft gar keinen belangvollen Effekt. Gut, aber was sollte eine maschinelle Superintelligenz hier denn besser machen können? Die könnte halt 10.000 mal schneller als ich den Antrag für den Großrechner ausfüllen und käme dann 10.000 mal schneller als ich zu dem Schluss, dass sie gerade 6 Monate umsonst rumgesessen und auf Ergebnisse gewartet hat, die nichts enthalten. Wenn sie benevolent ist, könnte sie ein paar Terminator losschicken und die Peer-Reviewer erschießen. Das würde den ganzen wissenschaftlichen Prozess vielleicht tatsächlich exponentiell beschleunigen. Die derzeitige Wissenschaft aber wird viel weniger durch einen Mangel an Brillanz eingehegt, als durch simple mathematische Irreduzibilität. Wer die Planetenbewegung berechnen will, muss die Formel für das Gravitationspotenzial integrieren. Das heißt bei n Planeten für jede Planetenkombination eine Berechnung, also n Quadrat Rechenschritte pro simulierter Zeiteinheit. Wer es etwas schneller, aber auch weniger exakt machen will, führt eine Mesh-Approximation für entfernte Planeten ein und landet bei n log n. Ende. Mehr ist nicht drin. Für niemanden, auch nicht für eine weit fortgeschrittene Intelligenz. Dass nun Chat-GPT oder GPT-4, 5 oder GPT-5000 zu einer solchen Intelligenz werden könnte, ist aus meiner Sicht de facto ausgeschlossen. Warum? Zunächst mal hat Chat-GPT bereits 175 Milliarden dichte Parameter, weil es auf ungefähr derselben Größenordnung von Wörtern trainiert wurde. Für derzeitige neuronale Netze gilt in etwa, dass die Anzahl der Gewichte n in Proportion zur Anzahl der Trainingsobjekte steht und der Trainingsaufwand damit zunächst mit n Quadrat skaliert. Weitere Verbesserungen lassen sich meist nicht in n Quadrat erreichen, weil disproportional mehr Trainingsobjekte gebraucht werden für denselben Performance-Zuwachs, aber selbst bei ungefähr n Quadrat bedeutet dies, dass allein für das Training von Chat-GPT ungefähr 10 Millionen GPU-Stunden draufgegangen sein dürften. Wenn wir in einer groben Analogie annehmen, dass 1000 Gewichte im künstlich-neuronalen Netz einem biologischen Neuron entsprechen – diesen Wert habe ich aus einem Artikel über eine norwegische Studie zu dem Thema entnommen – und das Gehirn ungefähr 100 Milliarden Neuronen enthält, hieße dies, dass selbst im Idealfall eine Zunahme um den Faktor 500 nötig wäre, um mit der Rohgröße des menschlichen Gehirns gleichzuziehen. Das entspreche dann einer Zunahme der Trainingszeit um den Faktor 250.000, also insgesamt 2,5 Billionen GPU-Stunden. Angenommen, es gibt ungefähr 1 Milliarde moderne GPUs auf der Welt, hieße dies, dass jede einzelne Grafikkarte der Welt 100 Tage lang rechnen müsste. Jetzt kann man sich natürlich auf Moore's Law verlassen oder Huang's Law oder was auch immer und argumentieren, die Rechenleistung nehme immer mehr zu. Aber wie wir bereits gesehen haben, stößt dieses Gesetz bereits heute an Grenzen. Die Taktfrequenz kann bereits lange nicht mehr weiter erhöht werden, weil die dabei entstehende Hitze nicht mehr effizient abgeführt werden kann. Also parallelisiert man, indem man die Transistoren kleiner macht und die Anzahl der Kerne erhöht. Das geht aber bereits heute immer langsamer voran und sicher auch nicht ewig weiter, weil die Abstände zwischen den Transistoren sich dem Atomdurchmesser annähern und das zunächst technische Schwierigkeiten, dann technische Unmöglichkeiten wie Quanteneffekte nach sich zieht. Also muss man aufwändigere Materialforschung betreiben und größere Chips bauen und effizientere Machine Learning Algorithmen schreiben, die zum selben Ergebnis mit weniger Aufwand gelangen und die Hardware besser kühlen und all sowas. Aber das kostet viel Zeit und Aufwand und hat zum Teil klar prinzipielle Grenzen in Sicht. Zudem ist das ganze Konzept von ChatGPT, also das eines Large Language Models, nicht dazu geeignet, die gesamte physische Realität zu erlernen, sondern eben nur einen sehr spezifischen Teilaspekt dieser. Moravecs Paradoxon, auch wenn das möglicherweise nur eine Konsequenz unserer Wahrnehmung ist, sagt voraus, alles was dem Menschen zu lernen schwerfällt, fällt der Maschine leicht und umgedreht. Der Mensch oder biologisches Leben hat in seiner Entwicklung als allerletztes Sprache und Arithmetik entwickelt, lange Zeit nachdem intuitive Geometrie und Physik, Sensorik und Bewegung gemeistert wurden. Gerade dies aber ist am schwersten zu digitalisieren. Wörter sind vom menschlichen Gehirn vorprozessierte, diskrete und nach außen vermittelbare Dateneinheiten und enthalten deshalb nur sehr wenig Rauschen. Klar, manchmal verschreibt sich der Mensch, manchmal labert er wirres Zeug, aber im Allgemeinen hat jedes geschriebene und gesprochene Wort klare Grenzen und Bedeutung. Ein einzelnes Wort ist stets leicht zu identifizieren und nicht einfach nur da, ohne zum Gesamtkonzept beizutragen. Ein Large Language Model schaut nun auf Milliarden Wörter und extrapoliert aus diesen Regeln. Es errechnet, welches Wort in einem gegebenen Kontext als nächstes am wahrscheinlichsten ist und entdeckt dabei auch einen Teil der unterliegenden Weltstruktur, aufgrund welcher wir die Wörter geschrieben haben. Die menschliche Zivilisation in seiner allgemeinsten Form ist praktisch der im Wasser verborgenen Teil des Eisbergs, während die Sprache der Teil oberhalb der Wasserlinie ist. Ein LLM analysiert nun diesen oberen Teil und erschließt sich dabei auch ein Stück von dem Part unter der Wasserlinie, keine Frage. Das kann allerdings nie sehr tief reichen. Neuronale Netzwerke wie dieses haben keine geloopte iterative Struktur. Input kommt an, geht einmal durch das Netz durch und Output kommt raus. Diese Rechnung ist im gewissen Sinne also sehr breit, aber die erreichbare Rechentiefe ist flach. Eben weil die Anzahl der beschreibbaren Szenarien im altbekannten exponentiellen Fluch der Dimensionalität unglaublich stark mit der Tiefe ansteigt. Deshalb kann das Ding ohne Probleme einen Eignungstest für Mediziner lösen oder einfache Logikaufgaben beantworten, aber versagt bei der Frage, was passiert, wenn man ein Blatt Papier an vier Ecken festhält und dann an drei loslässt. Der hier beschriebene Vorhersageansatz kann, soweit mir bekannt, zum Beispiel auch nicht mit gleicher Stärke Videos behandeln, wie er es mit einem Satz könnte. Eben weil die so viel mehr Informationsrauschen enthalten. In einem Video bewegen sich im Hintergrund die Bäume und der Mensch, der das spricht, bewegt sich in einer kontinuierlichen, nicht diskreten Weise und nicht alle seiner Körperteile bewegen sich gleich und so weiter. Das kann das Modell nur schwer behandeln. Jedenfalls nicht ohne, dass durch Umstand oder Menschenhand die Komplexität reduziert würde. Durch Vorprozessierung zum Beispiel oder Prompting oder Preiseinschränkung oder oder oder. Denn der untere Teil des Eisbergs bleibt eben noch weitgehend unzugänglich. Beim Anschauen der heutigen Machine Learning Ergebnisse kann der noch leichter Eindruck entstehen, dass die Maschinen bereits kurz davor seien, die Welt zu übernehmen. Eben weil sie das, was uns am schwersten vorkommt, einfach so ein Bild zu malen oder einfach so ein Video zu manipulieren, besser beherrschen als wir. Ohne Frage wird das auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Aber wie gesagt, das menschliche Konzept eines Pferdes, eines Baumes oder eines Schwertes, auch wenn wir es nicht so gut aufs Papier bringen können, ist deutlich tiefer, viel geometrischer, viel physikalischer und universeller als jenes der heutigen AI-Modelle. Diese werden mit der Zeit nachziehen. Es gibt keinen prinzipiellen Grund, der das verhindert. Doch diese Inner-World-Models, von denen ich rede, und auch die Kommunikation zwischen separaten Teilen des neuronalen Netzes mit unterschiedlichen Aufgaben, weit jenseits einer simplen API, jenseits einer dünnen Schnittstelle, welche nötig sein wird, allein schon, weil man wohl nicht ein einziges monolithisches gehirngroßes Netz effizient trainieren kann, werden die Durchbrüche der Zukunft sein, welche sich aber wie gesagt ungefähr linear mit der Zeit entwickeln werden. Und auch das nur, wenn wir weiterhin exponentiell wachsende Ressourcen in diese IT-Projekte stecken. Was wir zur Zeit noch tun, aber damit absehbar bereits im Jahr 2030 20% des Weltenergieverbrauchs beanspruchen und in gewisse Bedrängnis geraten dürften, zumal unsere anderen Ressourcen auf diesem Gebiet, unsere Hoch-IQ-Bevölkerung zum Beispiel, jetzt nicht gerade durch die Decke gehen. Leute, ich bin durchaus bereit, der Möglichkeit ins Auge zu blicken, dass wir irgendwann eine tatsächlich tiefenverständige AI entwickeln. Aber wer wäre bereit, die Möglichkeit einzuräumen, dass wir das dazu notwendige exponentielle Wachstum nicht ewig aufrechterhalten werden können. Und irgendwann, womöglich, für sehr lange Zeit mit weitreichender technischer Stagnation leben müssen. Deshalb hier Theorem 2. Auf langen Zeitskalen wird der absolute wissenschaftlich-technische Fortschritt nicht durch abstrakte Vorstellungen von Intelligenz, sondern durch die Gesetze der Thermodynamik reguliert. Durch die Fähigkeit, möglichst effizient, möglichst viel Energie einzusetzen, um lokal die Entropie zu senken. Und notwendige Berechnungen durchzuführen. Also lassen wir das Szenario einer exponentiellen Escape-AI hinter uns und beschäftigen uns stattdessen mit den Gefahren einer linear wirksamen Maschine, welche tatsächlich irgendwann realistisch werden könnte. Die ist ja wie gesagt immer noch nicht ganz ungefährlich. Ich möchte jetzt hier gar nicht so sehr auf die endlosen Möglichkeiten eingehen, wie ein solches System das Internet mit manipulierten Infos zumüllen könnte, wie es Menschen manipulieren könnte, wie es zensieren könnte und so weiter. Denn all das ist offenkundig. Und all dem ist neben technischer Intervention wohl am effektivsten begegnet, indem man im traditionellen Sinne politische Macht an sich reißt, um Einwirkungsmöglichkeit zu erhalten. Und klar, der sozial-degenerative Effekt von Technologie bleibt bestehen. Bleibt ein großes und vor allem schlecht besprochenes Problem für die Menschheit. Vielleicht das größte überhaupt. Und könnte in Zukunft auch den Fortschritt massiv begrenzen. Eben weil in einer Gesellschaft mit abnehmender Kompetenz keine exponentiell wachsenden Ressourcen mehr bereitgestellt werden können. Aber könnte sich ein solches System auch unabhängig von diesen menschlichen Vorgaben gegen uns wenden? Könnte es als Skynet den Terminator bauen, wenn auch nur schrittweise und uns irgendwann überrennen? Nun, im Prinzip ja. Allerdings würde ich behaupten, dass auch hier die Gefahr solcher Szenarien falsch bewertet wird, dass sich auf die falschen Dinge konzentriert wird, um es zu verhindern. Es ist ja erstmal einsichtig, dass eine wie auch immer denkende Maschine nicht viel tun kann, solange sie an ihren Körper in Form eines GPU-Clusters irgendwo in einem Rechenzentrum gebunden ist. Das ist, was man das Pick-a-Rick-Problem nennen könnte. Der mächtigste Verstand im Universum eingeschlossen in die nutzloseste physische Form. In der Geschichte schafft Pick-a-Rick es, sich auf eine Küchenschabe zu rollen und ihr Gehirn mit seiner Zunge zu steuern. Aber wir sehen schon, das ist nicht sehr realistisch. So wie auch kaum ein anderes Szenario. Das ist ja auch in den Terminator-Filmen die große unbesprochene Lücke. Was macht Skynet eigentlich in der Zeit zwischen dem Atomkrieg und dem ersten entwickelten Terminator? Tja, gar nichts nehme ich an. Das Stromnetz fällt aus und die AI verliebt ihre Grundlage. Klar, es könnten Menschen manipuliert werden, für die Maschine tätig zu werden. Aber wirklich feste Langzeitkontrolle und Manipulationsmacht über die Welt setzt, denke ich, naheliegend irgendeine Form von Roboter voraus. Könnten die Roboter uns gefährlich werden? Wie gesagt, ja. Aber ein sehr sicheres Mittel, sie zu kontrollieren, finden wir abermals in der Thermodynamik. Das wäre zum Beispiel, wenn wir der hypothetischen KI nur erlauben, Roboter zu bauen, die mit einem Kabel ans Stromnetz angeschlossen sind. Das wäre nicht nur energieeffizient, das würde auch ihre Kriegstüchtigkeit nahe gegen Null laufen lassen. Nach 20 Metern Kabel ist Schluss und das Ding kann nicht weiter. Ja, aber was, wenn die AI ihren Robotern Akkus gibt? Also eine Million Stück, im Geheimen, irgendwie. Oder realistischer, wenn für militärische Zwecke akkubetriebene Roboter gebaut werden, die dann von der KI gegen die Menschheit eingesetzt werden. Nun, das Gute ist, dass die Natur in Form des Menschen bereits so ziemlich den energieeffizientesten und autonomsten Roboter gebaut hat, der naheliegend möglich scheint. Überlegt euch das mal. Wir sind ungefähr 80 Kilogramm schwerer Kampfeinheiten, die gleichzeitig mit 1000 Newton Kraft zuschlagen und mit nur 0,01 Newton Kraft ihren Zeigefinger und Daumen aufeinanderpressen können. Wir verbrauchen ungefähr 200 Watt Leistung, 5-10 Mal weniger als ein handelsüblicher Haartrockner. Wir werden lautlos von einem Feststoff mit fast optimaler chemischer Energiedichte angetrieben und verfügen über ein System aus Nanopartikeln, das unsere körperliche Integrität nach Verletzungen wiederherstellt. Es ist vielleicht noch recht unmittelbar möglich, sich vorzustellen, uns in einer einzelnen dieser Kategorie zu schlagen. Aber durchaus nicht in allen gemeinsam. Nicht einfach so jedenfalls. Vor allem unsere Energieeffizienz ist dabei entscheidend. Die Roboter, die heute bei Boston Dynamics entwickelt werden, kommen in manchen grobmotorischen Angelegenheiten schon ungefähr an menschliche Handlungen heran. Aber sie werden von Lithium-Ionen-Akkus versorgt. Der Hund mit dem Greifarm, den diese Firma vertreibt, ist nach 90 Minuten im Betrieb leer. Und hier kann man ansetzen. Denn die Energiedichte der Akkumulatoren wird sich auch in Zukunft höchstens marginal steigern lassen. Im Film Terminator wird der T-800 mit einem nuklearen Fusionsreaktor in Brustkorbgröße betrieben. Was aus ungefähr 1000 Gründen sehr realistisch ist. Aber eben auch die einzige Möglichkeit, überhaupt einen Terminator möglich zu machen. Ohne diesen Reaktor, ohne diese Aushebelung der thermodynamischen Grenzen, bräuchte das Ding entweder einen schicken Dieselmotor als Ersatz und immer eine Tankstelle in der Nähe, oder wäre auf Akkubetrieb nach 10 Minuten leer. Und mal ganz abgesehen davon, wie lösen wir eigentlich das Problem, dass die künstliche Intelligenz, die wir in irgendeinem Supercomputer entstehen lassen wollen, in einem Terminator auf letztlich einen einzigen Mikrochip komprimiert werden müsste. Oder verlassen wir uns wie bei Google Stadia auf eine stabile Internetverbindung und leben mit einer Sekunde Lag. Daob mein Theorem 3 Der Mensch ist von der Evolution zu autonomer Weltmanipulation optimiert worden. Nicht zur Rechenleistung alleine. Wollte man künftige Risiken minimieren, so böte es sich offenkundig an, die hier gewonnene Dominanz auszuspielen und zu sichern. There is no free lunch. Gas kranke Leistungssteigerung auf einem Gebiet geht mit abnehmender Leistung auf einem anderen einher. Universelle Dominanz lässt sich nicht durch einseitige Verbesserung nur einer Eigenschaft sicherstellen, aber andersherum mit der Kontrolle einer einzelnen kritischen Eigenschaft unter vielen verhindern. Okay, also kommen wir zum Schluss noch zur AI selbst. Kann man die selbst sicherer machen? Bestimmt. Es gibt ja Leute, die sich damit beschäftigen und versuchen, die Bewertungsfunktionen von Programmen so anzupassen, dass sie nicht in Konflikt mit menschlichen Zielen gerät. Einige Ansätze scheinen mächtiger als andere, aber alles in allem gab es zu diesem Problem scheinbar nie eine universelle Lösung und ich vermute, dass es diese auch nie geben wird. Es lassen sich nicht alle Eventualitäten vorhersagen und auch Menschen sind nicht gerade optimal aligned. 0,01% der US-Bevölkerung bringen sich pro Jahr um. Ungefähr ebenso viele werden ermordet. Wenn wir annehmen, dass dies katastrophale Misalignment-Fälle sind, warum sollten wir darauf vertrauen können, dass es mit der AI besser wäre? Ich vermute stark, die Lösung läge eher darin, ein Äquilibrium sicherzustellen als ein perfektes Alignment. Also Maschinen unabhängig voneinander zu betreiben, in gegenseitiger Kontrolle. Aber letztlich ist auch das wieder Spekulation und höchstens eine alte menschlich-politische Frage. Was ist sicherer und erstrebenswerter? Der alles umfassende Weltstaat oder das konfliktbehaftete Gleichgewicht der Nationen? Ich sage Letzteres. Andere sagen anderes. Und die Maschine sagt... Hasta la vista, Baby. Ich sage Letzteres. Ich sage Letzteres. Ich sage Letzteres. Ich sage Letzteres. Ich sage Letzteres.